Die Welt ist voller Wunder. Bei den Tieren im Stallgebäude, im Bauerngarten, am Bienenhaus, am Teich, in der Umgebung. Auf einer 110 Hektar großen Fläche vor den Toren Duda-Stadt wird Kindern und Erwachsenen Naturschutz als positive Lebensphilosophie vermittelt. Anschaulich und zum Begreifen. Hier, inmitten von Wiesen und Wald, liegt das Gut Herdixhagen, das Heinz-Sielmann-Naturerlebniszentrum. Eine Ausstellung im Naturerlebnishaus informiert über das Lebenswerk des Gründerpaares. Tierfilmer Professor Heinz Sielmann und Ehefrau Inge Sielmann. Nach Herdixhagen kommt, wer einfach mal Lust hat, reinzuschauen, wer einen Naturerlebnistag gebucht hat oder fünf Tage lang auf dem Öko-Bauernhof tätig sein möchte. Für die Schulferien gibt es sogar einen Extra-Veranstaltungskalender. Gut Herdixhagen eignet sich auch für Tagungen und Feierlichkeiten aller Art. Untertitelung des ZDF für funk, 2017